Oh yeah. Eigentlich. Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Oh. Oh. Praktisch. Mama mia. Okay. Dann lass uns gegen einen Ketanon kämpfen. Der gegen uns eh keine Chance hätte, dadurch, dass wir super Brüder sind. Hm. Oh yeah. Oh yeah. Obwohl, nein, 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 nein. Was mach ich da? Der muss aktiviert werden. Und der andere. Ja, genau. Ähm, 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 genau der. Okay. Nochmal. Oh. Huh? Also doch so. Oder? I don't know. Ich würde jetzt mal sagen, so, oder? Oh, dann würde er nur daneben gehen. Meine ich. Genau. Hm. Vielleicht spinne ich jetzt auch total. Nee, eben nicht. Ich spinne nicht. Ich habe, glaube ich, eine Idee, die ich ausnutzen werde. Welche ist da echte, oder was? Ich schlage mal vor, diesen Kettenhund. Ach so, da ist er ja. Ich habe es erst gar nicht beachtet, aber jetzt weiß ich es. Das hier ist die richtige Kombination. Für weiterkommen. Dankeschön. Nach diesem kleinen Minispiel, den Schalter bitte aktivieren. Hm. Cool. Ich hätte aber immer noch Angst, dass die Stacheln rauskommen würden. So, tsch, 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 pfff. So, dann ist man so tot. Und danach so. Yay. Hm. What the fuck mache ich hier? Ach so. Aha. Äh, ich würde mal sagen, ich cutte kurz. Okay. Ich weiß schon, wo die Babys lang müssen. Hm. Ja, sehe ich. Wie lang, wo lang die müssen, ey. Bin ich dumm oder so? Oder stelle ich mich gerade nur dumm an? Ach ja, und wegen dieser scheiß Bohne da. Mach ich kein Fingerkrom. So. Also, ich muss einmal durch das halbe Schloss rennen. Mit den Babys hier oben. Sowas Kompliziertes habe ich noch nie gesehen, ey. Ähm. Mir wäre es lieber, wenn ich jetzt im Untergrund geblieben wäre. Nö. Geh weg. Ich hab ne Einwände, ich will abhauen. Okay. Okay, ich geh schon mal richtig. Das find ich doch schon mal amüsant. So. Okay. Jetzt liegt es an, den Erwachsenen den richtigen Weg zu finden. Und bevor wir den richtigen Weg finden, wird gespeichert zur Sicherheit. Wie sollten wir es auch anders kennen? Äh, wartet mal. Mussten die Babys sich noch was machen? Ach ja, stimmt. Babys, ihr müsst noch mal los. Ich Idiot, hab's jetzt voll vergessen. Die Erwachsenen kommen noch gar nicht an den Schalter ran. Mein Gott. Was? Ihr habt den alten Sack durch einen Bomb-Opp ausgetauscht. Einen Schrob-Opp. Einen Schrob-Opp. So. Äh. Wo geht's verkackte Scheiße lang? Müssten die Babys laufen und laufen. Zum Glück können sie überhaupt laufen und nicht krabbeln. Hüpp. Haha, er hat uns nicht gesehen. Jetzt kommt wieder ätzende Musik. Okay. Können die Babys... Danke für eure Aufrichtigkeit, dass die Babys hier wieder hoch dürfen. Okay. Ist das eine Abkürzung? Nein, warum auch? Ähm, wir sind nur, ähm... Baby Mario, Baby Luigi. Wir brauchen keine Abkürzungen. Wir sind so perfekt. Haha, perfekt im Laufen. Gerade dem hat's geklappt. Okay. Level 31 bin ich gerade mal. Und ich will dem letzten Boss gegenüberstehen. Das nenne ich mal gewagt von mir. Ich... Ich hab zwar Superstar-Sage schon auf einem recht niedrigen Level geschafft. Das heißt niedrig, das war eigentlich schon recht hoch. Aber... Im Vergleich zu Partners in Time war Superstar-Sage vielleicht gerade mal wie... Wie Yoshi's Story. Also so einfach. Bis zum nächsten Mal.